Stilvoll, hochwertig und raffiniert. So ist es sich bei den Flogaus im Agnesviertel. Das Restaurant bietet 30 Gästen ein schickes und freundliches Ambiente zum Wohlfühlen. Die Küche ist der Bereich von Marc Flogaus. Seine Leidenschaft ist es, hochwertige und ausgefallene Produkte zu kombinieren. Wir machen eine deutsch-österreichische Küche mit regionalen Produkten, die wir einfach direkt vom Hersteller beziehen. Als Besonderheit unserer Küche sehe ich, dass wir alle zwei bis drei Wochen die komplette Speisekarte austauschen und somit halt immer wieder neue Produkte verarbeiten können, um nicht immer auf dem gleichen Stand zu sein. Neben bodenständigen Gerichten wie Rehrücken mit Sellerie, Preiselbeeren und schwarzen Nüssen, beeindrucken vor allem moderne Kreationen. Beispielsweise Jakobsmuscheln mit Fenchel, Salz, Zitrone und Krustentier Sugo. Also immer die Besonderheiten bei uns sind auf jeden Fall, dass wir das alles zusammen machen, dass wir ein vierköpfiges Küchenteam haben, das sehr kreativ zusammenarbeitet, dass nicht jeder nur einfach sein Ding durchzieht, morgens kommt, abends geht, sondern dass wir alles zusammen probieren, kochen und somit neue Produkte und Gerichte daraus entwickeln. Dabei kümmert sich Restaurantchefin Nadine Flogaus um die deutsch-österreichische Weinkarte. Wir fahren regelmäßig in Abständen runter an die Pfalz und an die Mosel, um unsere Weine zu holen, weil wir gerne den Kontakt zu den Winzern pflegen und da auch Spaß dran haben. Wir haben 40 Positionen, ich glaube das ist ganz ordentlich, da findet jeder was, nicht zu viel, nicht zu wenig. Speisen, Bedienung und Gastfreundlichkeit auf höchstem Niveau bei den Flogaus. bis zur nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.